Ein Seat Alhambra steht hier zum Verkauf. Sieben Personen haben in diesem schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 80.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Ben besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenenscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,7 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017